Ich bin der Timotheus, ich bin 15. Und ich bin der Chase Nost, Zwilling, wenn man das noch nie gesehen hat. Ich bin auch 15. Unser Talent ist, dass wir singen und uns selber begleiten. Unser Talent wurde eigentlich entdeckt, als wir fünf waren, glaube ich. Als wir zum Geburtstag unserer Grossmutter Happy Birthday gesungen haben zusammen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Guten Tag. Hallo, Jan. Zwillinge? Genau. Das Zwilling sein hat Vorteile und Nachteile. Und zwar ist es blöd, die ganze Zeit mit einem Bruder rumzuhängen und mit ihm so vergleichen zu werden wie ein Schubladen. Sie ist Zwillinge? Ja, sieht man das? Aber es hat auch viele Vorteile. Man hat Harmonie, man spürt sich. Weisst du was? Weisst du das? Ich glaube, es ist einfach etwas Spezielles, dass man Zwillinge hat. Dass man jemanden hat, der eh schon miteinander verbunden ist, und dass sie die Verbundenheit mit der Musik zeigen kann. Jemand so stimmt es ja. Dimmets. Jemand soBMen? Ich liebe Frau und Nachteile. Das ist etwas Kunst. der Schubladen des Schubladen des Schubladen des Schubladens. Und im Bezug auf den Weg zum Beispiel. Und zum Beispiel für Tags die Schubladen des Schubladens. Vielen Dank.